Eine neue Folge 30 Minuten mit, wo ich euch aus meiner Spielebibliothek von A bis Z Spiele vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Und heute möchte ich mit euch zocken Halo 3 aus der The Master Chief Collection auf der Xbox One X. Also ein bisschen ballern im Halo Universum machen wir gleich nach dem Intro. So, das ging doch fix. Das dauerte nicht lange. Umso mehr Zeit haben wir für Halo 3. Und zwar geht das auch schon los. Jetzt mit 30 Minuten Halo 3. Viel Spaß. So, wir starten eine neue Kampagne. Und zwar auf normal. Klar, von Anfang an. Ist ja logisch. Machen Sie sich bereit für den Aufprall in der Ankunft. Na gut, machen wir das mal. Ich durfte aussuchen. Habe ich das mal erzählt? Ich durfte mir den Spartan aussuchen. Sie kennen mich. Ich habe mich informiert. Ich sah, wie sie der Soldat wurden, der sie sein mussten. Wie die anderen waren auch sie stark, schnell und mutig. Der geborene Anführer. Aber sie hatten etwas, das den anderen fehlte. Etwas, das außer mir niemand sah. Wissen Sie was? Glück. Lag ich falsch? Das ist nicht gut. Verdammt. Wie tief ist er gefallen? Locker zwei Kilometer. Augen auf. Sanitäter. Seine Panzerung ist versteift. Die G-Schicht könnte den Aufprall gedämpft haben. Ich weiß nicht, Sergeant Major. Ruf deinen Vitor, der ihn hochkriegt. Wir lassen ihn nicht hier. Ja, tun sie nicht. Irrer Idiot. Warum springen sie immer? Eines Tages werden sie auf etwas landen, das genauso wenig nachgibt wie sie. Ich sammle da nicht alles auf. Wo ist sie, Chief? Wo ist Cortana? Keine Versprechungen, bitte. Wenn Sie sie nicht halten können. Sie blieb zurück. Corporal, beeilen Sie sich. Entschuldigung. Ihre Rüstung ist immer noch teilweise deaktiviert. Sehen Sie nach hier oben, Sir. Ja, es geht los. Okay. Und jetzt nach hier unten. Okay. Gut. Habe ich gemacht. Alles in Ordnung, Sergeant Major. Weg mit den Stützrädern, Corporal. Er ist jetzt bereit. Ich bin bereit. Chief, halt! Der Gebieter gehört zu uns. Na los jetzt. Wir haben schon genug Sorgen, ohne dass sie beide sich umbringen wollen. Wenn es so leicht wäre. Wir müssen los. Die Brutes haben die Fährte. Dann mögen sie den Geruch von Grün. Gib mir ne Knarre. Genau so will ich das. Und jetzt werden wir uns das... Packvolk, darf man das sagen? Die Grunts? Ja, ne? Ist ja ein Packvolk. Werden wir uns schnappen. Die Grunts. Und die Elite. Ich habe schon einen nervösen Finger, also. Schon Bock drauf? Alter, was ist denn mit der Lenkung los? Kann ich veräppeln? Das ist umgucken. Das ist strafen. Alter, das ist ja schräg. Das geht ja gar nicht. Einstellung. Boah, äh. Okay. Aktuelles Spiel. Halo 3. Was haben wir denn hier? Vertikale, gering. Ne, wollen wir gar nicht. Zielsteuerung. Modern. Klassisch. Nach links, nach rechts drehen. Oben blicken. Vorwärts. Standard. Das wollte ich. Genau das wollte ich. Bam. Zurück. Fortsetzen. Ja. So muss das. Hoch und rüber, Chief. Alter, wollen die mich verarschen? Was ist denn jetzt springen? Ist das straight? Was? Springen Sie. Benutzen Sie Ihre Beinesparten. Ey, was ist denn hier los? So ein Crap habe ich ja noch nie gesehen. Tastensteuerung. Standard. Spring. Taschenlampe mit A. Was soll das? Muss ich jetzt springen? Da. Wieso? Ich will springen auf A. Hallo? Boah, die facken mich hier voll ab. Ich kann doch so nicht springen. Naja, versuchen wir das. Granate werfen. Wo haben wir dann? Granaten wechseln. Granaten wechseln. Menü. Zoomen. Waffe wechseln. Da kann man noch mit leben. Equipment verwenden. Aktionenwaffe nachladen nach oben. Nahkampf ist hier. Ist auch okay. Naja. Probieren wir es mal. Das ist ja strange, ey. So. Alles klar. Damit kann man leben. Kann man Abkürzung nehmen? Ja. Dann mal nix wie hin da. Ich hoffe doch. Naja, Waffe wechseln wir jetzt. Nach unten. Okay. So, dann haben wir das jetzt schon mal raus. Da ging es nicht weiter. Wir müssen hier lang. Jawoll. Na, komm schon. Oh, wo will ich dich? Ach, mir geht es gar nicht lang. Alle tot? Ja. Wo war der andere große? Was ist denn das für eine? Okay. Das ist schon mal nix. Was ist das? Nix. Haben wir hier noch irgendwas schickes? Kontrollpunkt. Kein Bonus. Na. Nicht das? Na. Ja. Raus hier. Ab in die Action. So. Stirbt. Stirbt. Alle tot? Ja. Okay. Da müssen wir hier hin. Kommt los. Da geht es weiter. Okay. Dann hole ich ihn mir. Oh, ich wollte einen schönen Nahkampfangriff machen. Oh, was hat denn der da? Die nehmen wir doch mit. Ähm. Oh, und Dualwaffe. Na, komm. So. Nach oben. Ist alles kreuz und quer hier. Das ist ja... Strang. Strang. Okay. Und dann folgen wir mal den Weg weiter. Ab durch die Höhle. So. Da sind wir hier. Hier. Wo sind's da? Wo sind's da? Hier sind sie doch. Da sind unsere. Wo dann? Wo dann? Da hinten. Da oben ist auch noch einer. Mann, holen wir uns gleich. Erstmal holen wir uns die noch. Kommt da auch. Ich kriege hier gerade von überall. Oh. Wollte ich auch schön boxen. Oh, die Schildis. So. Ah, da ist mal einer. Ich dachte schon, wieso kriege ich denn hier... Kugeln ab. Unglaublich. Frechheit. Wollte ich den dicken dann erleben. Hier. Ähm. Da. So wollen wir das. So wollen wir das. So. Wo ist der Große? So. Eingekriegt. Tschüss. Thema erledigt. Thema durch. So. Wir müssen jetzt weiter. Ich glaube hier hoch. Oh. Da sind auch schicke Waffen. Die Nagelpistole ist auch ganz fett. Nachladen war noch mal. Okay. Okay. Alles klar. Dann müssen wir jetzt den Weg folgen. Oh. Ich höre schon welche. Komm mal her jetzt. Ciao. Hm. Alle kaputt geboxt. Verdient ist verdient. So. Nicht in Video spielen. So. Oh. Was haben wir denn hier? Eine Pistole. Die will ich aber gar nicht. Ach. Das mach ich schon. Ciao. Ciao. Jetzt hab ich Gehirn im Gesicht. Ich hab Gehirn im Gesicht. In dein Gesicht. So. Jetzt müssen wir aber erstmal den komischen Irrgarten hier ablaufen. Oh. Da geht's runter. Können Sie mich aufwarten um Ihre Mission abzuschließen? Können Sie mich sterben sehen? Ja. Kurz und bündig. Okay. So. Charlie Foxtrot. Gehirn im Gesicht. Was haben wir denn hier? Äh. Warte. Springen wir hier. Dies geil. Die will ich haben. Ähm. So. So. Perfekt! Jetzt haben wir eine gute Ausrüstung. Schnell und niedrig! Jo! Machen wir! Na komm! Munizierung mitnehmen. So, Granaten haben wir eingesammelt. Okay. Ah! Oh oh, mein Schild. Mein Schild! So, den haben wir auch weggemobbt. Aus seinem Mob. So, war hier nur einer? Nein, alle tot. Perfekt! So, wie war das noch? Granaten wechseln. Okay. Die Vengees kommen wieder. Heilung, zurück in den Dschungel. Okay, die Vengees kommen. Dann müssen wir weg. Nutzt alle nichts. Chief, können Sie mich hören? Oh, shit. Fallscher Knopf. Mein Vogel ist abgestürzt. Ein Stück Fluss abwärts von unserer Position. Das war Schakal Nummer 1. Irgendwo sind doch bestimmt noch welche. Da ist noch einer. Das hat'n der für ne viele Knarre. Gucken wir uns die doch mal an. Hm. 17 Schuss. Kann man da nicht noch Munition dazukriegen? Testen wir mal. 43 Schuss. Das ist ja schon mal ein bisschen was. Gut. Dann nehmen wir die erstmal mit. Ähm. Wechseln wir da die Waffe. Und. Weg ist er. Na, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Ich sehe keinen mehr. Okay. Waffe wechseln. Nachladen. Komm mal. Okay. Schau Digga. Komm mal. Skirt. Okay. So. Skirt. So. So. mehr dafür, ah fuck, falscher Knopf, so, wo ist der andere, das fluchst doch schon weg, ja, okay, wir haben keine geile Muni mehr dafür, das ist assig, so, dann gehen wir in den Nahkampf, gib mir Muni, gib mir Muni, du, gib mir Muni, dann machen wir das auf die andere Art und Weise, zack, tschau, 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 na, ich wollte, aber zu viel, zu viel, Okay, ähm, tja, bleibt uns nichts anderes über, hm, 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 wie viel Muni haben wir dann noch für, Shit, nachladen, Okay, die sind platt, schön, Sind wir alle platt, auch nicht schlecht, So, was haben wir denn mal, was können wir uns hier aussuchen, schönes, äh, die wollen wir nicht, die wollen wir, oh, Nehmen wir die hier, Naja, aber nicht mehr beisammen, So, dann müssen wir durch die Höhle, glaube ich, Ja, hier geht's weiter, Dann haben wir was zum Nageln, Nachladen, Okay, Sehen Sie, womit die Höhlen bestücken, Hm, Oh Mann, jetzt kommt der Höhle, Wer nervt, So, Jetzt sieht's schlecht aus, Aber wir gucken mal, was wir machen können, Retten Sie Johnson und seinen Trupp, Versuchen wir doch, So, Oh, Jetzt müssen wir uns langsam mal, Nach einer anderen Waffe umschauen, Sonst haben wir ein Problem, Uh, wir haben Munition dafür gekriegt, Mega nice, Rückzug, Wo geht's weiter, Da, Den haben wir, So, Wie sieht's hier aus, Das ist der Hammer, Ich krieg hier gerade übelst auf die Fresse, Muss mal hinten ein bisschen, Bisschen aus dem Weg, Damit ich mir die beiden da weg snacken kann, Komm mal her, Nett gemeint, Oh oh, Komm mal her, Hier, Was, Wer schießt da, Oh, Der kleine da, Guck mal, Moin sagen, Oh oh, Oh oh, Ich hab's noch gesagt, Ich hab's noch gesagt, Ja, Schon wieder keine Muni, Jetzt müssen wir wieder Muni sammeln gehen, Machen wir das doch, Ganz geschmeidig, Einen nach dem andern, Oh, Da oben, Muss ich mir merken, Ich kann gleich Munition hören, Rückzug, Rückzug, So, Wie sieht's damit aus, Hier war keine, Oh 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 oh, Ich musste hoch, Da liegt die Munition, Danke, Aber mit zehn Schuss, Das ist nicht viel, So, Den snacken wir uns weg, Den auch, Den auch, Den auch, So und jetzt gucken wir uns langsam um, Da war noch einer, Irgendwo, Der meinte, Er müsste mir was, Oh oh, Ich wollte da einfach hoch, So, Jetzt haben wir nämlich die Muni dafür, Puh, 39 Schuss, Wo ist der Hammermann, Da, Nachladen, Komm schnell, Oh oh, Keine Muni, Scheiße, Da auch nur noch acht Schuss, Ähm, Ballern wir gleich, Und nehmen wir uns, Die da mit, Ähm, Nein, Kein Wunder, Dass ich nicht springen konnte, Kleb da an der Decke fest, Ich dachte, Ich wär schon draußen, Jetzt hätte er die Wache, Witzeln, Warum eigentlich, Da ist doch ne Nagelpistole, Wo ist er, Da ist er, Wo bist du, Komm her, Schon wieder keine Munition, So, Jetzt aber, Nein, Spring doch, Warum springt er nicht, Meine Presse, Und ich drück auf, Springen wie ein Bekloppter, So, Jetzt haben wir wieder, Das Problem mit der Waffe, Noch, Komm schon, Oh, Hammermann ist platt, Mega nice, Snipermann ist platt, Ciao, Die Waffe will ich haben, Braue ich nicht mehr, Ich hab jetzt genug Munition dafür, Wow, Wir haben es geschafft, Unbeliebable, Nach so vielen, Unprofessionellen Fehlern, Haben wir es tatsächlich geschafft, Und den holen wir uns auch noch, Moin, So, Jetzt können wir nämlich, Die Typen da befreien, Die Truppen sind befreit, Ich muss erst den Weg freimachen, So, So, Aber was mit dem Raumschiff, Aber was mit dem Raumschiff passiert, Das wäre mega nice von euch und verpasst meine anderen Videos nicht aus der Spielebibliothek von A bis Z in der Playlist auch chronologisch sortiert, deswegen vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, bye, bye, euer Tops, Musik, Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018